Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hatte jetzt zwischendurch eine Art Zwischenvideo hochgeladen. Zur Erinnerung hier nochmal der Plot, das Hauptgegenargument gegen finite Differenzierung in einem Bild. Sie hat ihre Vorteile, aber sie hat eben auch ihre Nachteile. Wenn sie zunächst besser wird, der Fehler sich hier abbaut. Wir haben hier die x-Achse, dieser Parameter, an dem wir die finite Differenzierung fein einstellen können. Und die y-Achse zeigt uns den Fehler an und wir lesen das Diagramm von rechts nach links. Also rechts ist grob, links ist fein. Und je feiner wir unsere finite Differenz einstellen, baut der Fehler sich zunächst ab, bis irgendwann der Rundungsfehler des Computers übernimmt und völlig aus dem Kleister geht. Und die algorithmische Differenzierung vermeidet dieses V-Shape komplett, weil sie keinen Truncation Error kennt und auch nicht näherungsweise Ableitung berechnet, sondern der Inbegriff der Ableitung irgendwo sind. In diesem Video also geht es jetzt um die algorithmische Differenzierung, das heißt in ihrer einfachsten Ausprägung. Das ist jetzt hier also das dritte Video in einer Art Sub-Serie über die Ableitung am Computer. Und es wird weitere Teile geben, wo wir die algorithmische Differenzierung immer weiter ausbauen. Ein Fernziel wird sein, maschinelles Lernen über neuronale Netze, weil neuronale Netze werden mit Steepest Descent Gradients, Stochastic Gradient Optimierungsmethoden angelernt und dafür werden Gradienten benötigt, die wir mit algorithmischer Differenzation wunderbar berechnen können. Und das ist auch State of VR, das ist auch was PyTorch und TensorFlow machen. Der Unterschied wird natürlich sein, dass ich werde hier mit der CPU arbeiten, im Wesentlichen während PyTorch und TensorFlow natürlich ausgebuxte Frameworks sind, die Google und Facebook über Jahre aufgebaut haben und da galant Grafikkarten für einbinden, also Arrays von GPUs, wobei auch da gibt es durchaus mit QPy statt NumPy Alternativen. Aber ach, da kommen wir alles später dazu. Vor allen Dingen aber werdet ihr das Rüstzeug hier kennenlernen über diese Videoserie, wie Differenzation am Computer richtig funktioniert und wirklich top-notch. Also mit dem, was ihr hier lernen könnt, könnt ihr bei Google einsteigen. Warum nicht? Nun gut, algorithmische Differenzation bzw. der einfachste Fall ist der sogenannte Forward Mode. Was das konkret bedeutet, das schauen wir uns in einem anderen Video an. Nehmen wir einfach erstmal hin, also der Vorwärtsmodus, nehmen wir also einfach erstmal diesen Namen als gegeben hin. Dann als zweite Komponente ein Tape-Less oder ein Tape-freier Vorwärtsmodus, könnte auch sagen In-Place-Vorwärtsmodus. Noch so ein Name, den wir dann ein andermal genauer beleuchten werden und wir nehmen jetzt einfach mal als gegeben hin, dass wir also hier ein In-Place- oder Tape-Less-Forward-Mode programmieren. Nun-Py. Lasst uns mit Nun-Py arbeiten, der quasi Standard-Array-Bibliothek für Python. Unter anderem gibt uns Nun-Py mathematische Funktionen wie Sinus, Cosinus, Exp und Log. Die könnten wir natürlich auch mit der Math-Library uns reinholen, aber da wir eh mit Nun-Py wegen der Arrays arbeiten wollen, können wir auch von Nun-Py entsprechend Sinus, Cosinus und so weiter von da beziehen und benutzen. So, was ist jetzt die Idee bei der algorithmischen Differenzation, um Funktionen abzuleiten? Die Idee ist, wir gehen grundsätzlich immer davon aus, dass eine Funktion, da wir jetzt hier in Python arbeiten, eine Python-Implementation besitzt, im Rahmen zu erwartender bestimmter und sich zusammensetzt aus zu erwartenden bestimmten sogenannten elementaren Bausteinen. Diese elementare Bausteine, das ist Plus, Minus, Mal, Geteilt, Sinus, Cosinus, Log, Exp, die Power-Function, eigentlich Stern, Stern in Python, da haben wir mal Power dahinter, und gegebenenfalls weitere, das lässt sich durchaus erweitern, aber wir werden mit diesem Stock an Funktionen arbeiten. Ich möchte hier auch schon gleich ein bisschen anteasen, in einem späteren Video, später, später, werden wir uns auch nicht glatte Differenzationen anschauen, also die verallgemeinerte Differenzation, und dann können wir noch den Absolutbetrag, Maximum, Minimum, die ReLU-Function unter anderem Ableitungskandidaten dazunehmen. Hier bei der ReLU-Function, da sollten schon die Ohren blitzen, als ich vorhin schon neuronale Netze gesagt habe, die ReLU-Function als sogenannte Aktivierungsfunktion ist für die neuronalen Netze, und ganz relevant, außerhalb des Machine Learnings, die ReLU-Function aber auch als Positive-Part-Function bekannt, weil ja gilt, dass ReLU von x ist gleich der Maximum von x und 0, das heißt, wenn x positiv ist, bleibt es stehen, wenn x negativ ist, wird es mit 0 abgeschnitten, ja, die Positive-Part-Function. Aber wie dem auch sei, wir gehen davon aus, dass ein auch sonst wie gearteter, komplexer Algorithmus sich letztendlich unterm Strich in all diese Funktionen hier zerlegen lässt, als eine Komposition dieser Funktion zerlegen lässt, die wir sie auch auf einem, sagen wir mal, zum Beispiel wissenschaftlichen Taschenrechner vorfinden würden. Dann legen wir mal los. So, wie funktioniert das? Wir sagen jedes Mal, also, da wir davon ausgehen, dass eine Funktion ein Komposit aus diesen Elementarfunktionen ist, ist ja immer, wenn dann ein elementarer Schritt getan wurde, das Taschenrechner ist an der Stelle eigentlich eine gute Metapher gewesen, wenn ich eine komplexe Formel mit einem Taschenrechner berechnen muss, dann muss ich jeden elementaren Schritt mehr oder weniger von Hand auf diesem Taschenrechner ausführen, jedes Mal bekomme ich ein Zwischenergebnis raus. Und dann nehme ich dieses Zwischenergebnis und wende darauf den nächsten elementaren Schritt an, dann bekomme ich das nächste Zwischenschritt. Und so von Zwischenschritt zu Zwischenschritt veredle ich meinen ursprünglichen Input schlussendlich in das eigentliche Abbild. Ja, also, mein Input, ja, mein Input X geht rein, dann wenden wir darauf den Sinus an, dann sagen wir mal, der Input X und Y geht rein und dann machen wir Sinus X und dann, das ergibt ein Zwischenwert V und dann nehmen wir dieses V, das wird multipliziert mit Y, das gibt uns dann ein V2, darauf wenden wir den Tangens dann nochmal an und das erklären wir dann schlussendlich zu unserem endgültigen Ausgangsergebnis. Und genau in dieser Abfolge würde ich dann auch auf dem Taschenrechner rechnen. Ich habe also hier irgendwelche Zahlen und dann gehe ich los und gebe ein, okay, was ist der Sinus von 9 und dann kommt da irgendwas raus und rechne mich dann da langsam peu a peu durch. Der Knackpunkt ist aber, wir haben hier Zwischenstände, sogenannte Intermediate States, Zwischenstände nach jedem elementaren Schritt und diesen Zwischenständen widmen wir eine Klasse, die dann nennen wir State. Und ein State kennt den Wert nach jeder Elementaroperation, kennt aber auch, wir machen es hier mal zunächst einfach, kennt aber auch einen Ableitungswert. zum selben Stand. Das ist die Idee des sogenannten Operator Overloadings. Ich weiß zum Beispiel halt, wenn mein x reingeht und ich möchte darauf den Sinus x anwenden, dann hat mein x auch einen Ableitungswert, ein x' und dann weiß ich v ist Sinus x und dann kann ich ja mein Sinus x paaren mit der Ableitung vom Sinus und das ist der Kosinus. Und dann wende ich, sage ich v' ist gleich der Kosinus von x, äußere Ableitung mal innere Ableitung, also mal x'. Das ist die Kettenregel der Ableitung. Weil der Knackpunkt ist, dass ich halt immer weiß, für jeden Zwischenstand, den ich berechne, gibt es also eine durch Ableitungsregeln bedingte, duale Berechnungsvorschrift, mit der ich auch die Ableitung parallel mitberechnen kann. Ich nutze also aus, dass ich die Blaupause meiner Gesamtfunktion kenne und anhand dieser Blaupause auch einen Ableitungscode induziere oder einen Ableitungscode dadurch implizit charakterisiert ist, weil ich Ableitungsregeln auf diese Blaupause anwende. Okay, also mein State hat einen Wert und einen Ableitungswert. So, entsprechend, so, dev init, gibt also eine Initialisierung, da kommt rein, v und dv, jetzt haben wir gesagt, dv nehmen wir mal auch, nehmen wir mal auch als Float. So, und dann schreiben wir einfach die Werte, die von außen kommen und übertragen sie nach innen. So, dann können wir uns im Übrigen auch, sagen wir mal so, String-Ausgabe-Funktionen geben, dass wir dann mal auch mal ein Sneak Peek, also mal einen Blick reinwerfen können, welche Information denn, welche Information denn unser State trägt. Jetzt bereite ich auch schon mal eine Main-Funktion vor. So, so, und jetzt geht's halt, jetzt geht's los. Und an der Stelle, wir nutzen, wir jetzt also die, die Möglichkeiten von Python, schöpfen wir jetzt aus, zum Operator-Overloading. Wir können jetzt für unsere Klasse eine Additionsfunktion schreiben, können also sagen, wenn self und other addiert werden, das ist dann also intern, trägt das den Keyword doppelter Unterstrich add, doppelter Unterstrich oder Englisch double underscore, wird in der Python-Community gerne zusammengefasst und gesagt, dunder, also das ist die dunder add-Funktion und sie repräsentiert Additions-Operation. So, ja, also self ist der erste Summand, der other ist der zweite Summand. Von self weiß ich, das muss eine Instanz von State sein, weil wir hier eine instanzierte Funktion der Klasse State gerade definieren, aber other hingegen könnte entweder ein Float sein oder selbst auch eine Instanz von State. Aber am Ende wollen wir in jedem Fall eine Instanz von State zurückgeben. So, und als erstes unterscheide ich jetzt erst mal, ich prüfe, ist other ein State? Wenn nicht, versuche ich es zu behandeln wie eine Float. So, und jetzt haben wir gesagt, das mit dem MP-Array, das lassen wir mal noch ganz kurz weg, diese Eskalationsstufe, die gehen wir gleich ein. So, wenn other ein Floating-Point-Number ist, dann wissen wir insbesondere, dass other ein Wert ist, nachdem wir nicht ableiten wollen. Das heißt also, other hat implizit immer den Ableitungswert, also d other ist 0. Also ich könnte das, um es explizit klar zu machen, hier plus 0 hinschreiben, weil ich sage halt primal, also unmittelbar möchte ich den Wert von self mit dem Wert von other addieren, also steht hier self v plus other, und dual, also nebenher, ich möchte die Ableitung ja mit berechnen, nehme ich also die Ableitung von self, self d v, und rechne die Ableitung von other drauf, die ist 0. So, aber es ist natürlich Quatsch, den Computer da plus 0 drauf rechnen zu lassen und ihn damit extra zu beschäftigen, wir können es einfach weglassen, wir behalten einfach nur im Hinterkopf, dass wir da plus 0 drauf addieren. Interessanter wird, wenn other doch ein State ist, also eine Größe, nach der wir womöglich ableiten wollen, dann primal rechnen wir self.v plus other.v, also wir nehmen die v wie value übrigens, wir nehmen also die value von self und die value von other rechnen die einander auf, wir nehmen aber auch die jeweiligen Ableitungen rechnen die einander auf, weil das die lineare Ableitungsregel für Summen ist. So, und an der Stelle haben wir uns auch schon in die Lage versetzt, dass wir, sagen wir mal, xad, also für x-algorithische Differenzation, ist ein State, und x bekommt ein Wert, sagen wir mal 2.0, und wir sagen, wir wollen nach x ableiten, also ist die Ableitung von x1, weil x nach x abgeleitet ist 1. und dann nehmen wir hier noch yad ist ein State 3.3 und jetzt sagen wir erst mal, naja, wir wollen ja schon mal nach x ableiten, dann wäre es jetzt doof, zeitlich nach y abzuleiten, gibt es auch, gemischte Ableitungen natürlich, ja, leite nach x und nach y ab, aber sagen wir mal, wir wollen erst mal nur die Ableitung von x haben, also geben wir für y einfach 0 ein und dann können wir jetzt sagen, okay, printe xad, printe yad und dann printe mal xad plus yad und außerdem xad plus 3,002, ja, jetzt haben wir also hier vier Dinge, die wir uns da mal angucken wollen, zack, so, und jetzt kommt hier die Stringmethode, die ich vorhin hier reinkopiert habe, die sagt uns also, okay, x hat den Wert 2,1, ja, stimmt, und wir leiten ab nach x, also 1 und y ist 3,3, seine Ableitung ist 0, so, x plus y zusammen, naja, 2,1 plus 3,3 ergibt natürlich 5,4 und die Ableitungswerte addiert, also 1 plus 0 ergibt natürlich 1, genauso auch xad plus 3,002, ja, ist also 2,1 plus 3,002 ergibt natürlich 5,102, und der Ableitungswert von x, und 1 kommt oben drauf, jetzt drehen wir den Spieß mal um, sagen wir 3,002 plus xad und zack, gibt es einen Fehler, warum? weil es noch keine Version der Plus-Funktion gibt, bei denen der erste Summand etwas anderes ist als State, aber der zweite Summand ein State ist, wir hätten hier vorhin gesagt, hier die add-Funktion ist eine, ist eine, ist eine instanzierte Funktion der Klasse State, natürlich ist self Instanz von State, und damit ist für diese Funktion immer gesetzt, dass der erste Summand von der Klasse State ist, sondern hierfür führt Python die sogenannten rechtseitigen Funktionen ein, also gibt es dann da r-add, ja, für rechtseitige Addition, und die bedeutet jetzt, dass wir jetzt hier Summen uns angucken, other plus self, immer noch gilt, self ist eine Instanz der Klasse, und other kann alles mögliche andere sein, was other allerdings nicht sein kann, ist eine, ist eine Instanz State, weil wenn other von der Instanz State wäre, dann wäre ja stattdessen diese Version hier oben aufgerufen, durch other, ja, also das r-add ist eine Rückfallebene, wenn add nicht anwendbar ist, und das heißt, wir können, äh, klipp und klar davon ausgehen, okay, dann muss das also eine, äh, float sein, ähm, und das heißt, wir können dann hier also direkt, äh, state zurückgeben, ähm, so, other plus self.v, äh, und self.dv, was hab ich denn hier gemacht, mein Fehler, so, state, jetzt, jetzt ist alles in Ordnung, so, jetzt ist die r-add-Funktion da, jetzt können wir das Skript nochmal ausführen, und siehe da, es gibt keinen Fehler mehr, und wir sehen hier, die letzten beiden Einträge sind identisch, sollten sie auch sein, wir haben ja hier einfach nur Kommutativität ausgenutzt, weil man jetzt natürlich vorsichtig sein muss, gerade nach meinem letzten Video, unter computerdarstellbaren Zahlen gibt es keine echte Kommutativität, wenn ich jetzt hier, äh, äh, jetzt zum Beispiel große und kleine Zahlen miteinander verrechne, dann können die großen Zahlen die klein schlucken, so dass die Information der kleinen Zahlen ausgelöscht wird, mal sehen, kann ich das hier nachstellen, wenn ich jetzt hier, wenn ich jetzt hier sage, geht das auf die Schnelle, 1.0 E10 plus 1.0 E-10, was kommt da raus, ha, sehr schön, und wenn ich jetzt hier, 1.0 E10, ha, so, nicht, also 1.0 E, so, und 1.0 E-10 ist aber nicht die 0, das ist 1 E-10, das ist 0, ganz viele Nullen, und irgendwann kommt eine 1, so ist es jedenfalls nicht 0, allerdings, wenn ich die beiden hier aufsummiere, Floating Point Numbers haben nicht genug Stellen, dass so eine Zahl dargestellt werden kann, und in dem Fall, die große Zahl schluckt die kleine, und wenn ich die große Zahl wieder weg subtrahiere, bleibt eben 0 übrig, auf der anderen Seite, und hier, das ist was ich meinte, mit die Kommutativität geht halt eben verloren, wenn ich jetzt hier stattdessen sage, ich tausche die beiden aus, und, äh, lasse aber hier zuerst die Subtraktion ausführen, zack, ja, ich habe jetzt hier nur Kommutativität und Assoziativität ausgenutzt, äh, und jetzt kommt natürlich nicht 0 raus, sondern weil die großen Zahlen sich zunächst verrechnet werden, es kommt 0 bei raus, und dann ist eben genug Platz da, um die kleine Zahl darzustellen, aber das sind halt eben diese Randfälle, ähm, bei, ähm, hier jetzt haben wir es aber nicht mit einem Randfall zu tun, das sind jetzt alles moderate Zahlen, und hier haben wir also so eine Pseudokommutativität, die hier trägt, und deswegen kommen ja auch am Ende identische Ergebnisse raus, ähm, so, das war add, add, jetzt gibt es noch, äh, eine dritte und letzte Variante, i add, also dunder i add, hier kann, äh, äh, also wieder alles sein, ist also wieder Union, ähm, state, oder float, zurückkommen soll, state, äh, so, was ist das, das ist, wenn ich schreibe, plus ist gleich, also das, das, das i kann man entweder lesen als inkrementell, oder in place, ja, das ist die, ähm, das ist die, äh, in place Addition, ähm, und die Idee dabei ist, dass ich, ähm, ähm, die Information aus Asa nehme, und self update, ja, hier oben ist ja immer, ich habe self, ist Instanz meiner Klasse, Asa ist möglicherweise Instanz meiner Klasse, und ich erzeuge eine dritte Instanz meiner Klasse, unabhängig von self und Asa, also self und Asa werden nicht zerstört, belege aber halt eben, drei unterschiedliche Stellen in meiner Memory, bei der in place Addition, sollen eben die Information von Asa genommen werden, und in self rein verwoben, so dass der ursprüngliche von Zustand von self verloren geht, äh, self sozusagen den, den, den Sinn und den Wert der Summe annimmt, und dafür aber in der Memory halt eben nur zwei Stellen belegt sind, oder an, 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 an zwei Stellen Belegung stattfindet, soll also eine speicherarme Version der Addition sein, ähm, damit kann man jetzt unterschiedlich umgehen, eine Variante wäre natürlich zu sagen, ich erzeuge doch ein, ähm, äh, ich erzeuge doch einen, einen, einen dritten Zustand, ja, also ich, äh, realisiere meine in place Addition einfach nur schlecht, nämlich doch einen dritten Zustand erzeuge, oder man macht sich halt eben die Arbeit, ja, ich kann sagen, okay, if instance Asa is date, dann sagen wir also self V wird inkrementell erhöht, um, was ist denn hier los, huch, super, das jetzt im Video, egal, das bleibt drin, so, self V wird um Asa V erhöht, und self, und der, der Ableitungswert wird auch immer inkrementell erhöht, und dann geben wir self zurück, oder eben, äh, wir verändern nur den primalen Wert, und geben dann self auch zurück, ähm, eine letzte Funktion, die in der Hemisphäre der Addition lebt, ist die, äh, Pause Function, und das passiert, wenn ich jetzt sage, plus self, ja, wenn ich plus self schreibe, äh, bis jetzt geht das im Übrigen nicht, ja, wenn ich jetzt hier unten hinschreibe, plus xad, äh, ich würde schon Geld markiert, weil Python weiß, dass ich die Pause Function nicht überladen habe, und ich bekomme auch tatsächlich, eine Fehlermeldung, und dann sage ich hier für das unere, also für das, das unere, das, das univariate plus, äh, gibt es keine Implementation, die habe ich hier auch gerade weg kommentiert, so, ähm, jetzt gibt es zwei Varianten, wir könnten entweder sagen, wir geben halt self zurück, weil self ja nicht verändert werden soll, oder wir missbrauchen die Pause Function hier, um eine Kopie zu erzeugen, und dann sagen wir hier, naja, das ist halt selfv, und selfdv, so, es wird also eine neue Instanz, der Klasse State angelegt, die aber ihren Einträgen und Werten nach identisch ist, äh, zu self, das heißt also, wir, wir missbrauchen das Plus als eine Copy Function, und zack, äh, schon geht's, und dann können wir jetzt nämlich hier auch fragen, print, xad, ist, äh, plus xad, und dann kommt da false, weil das unterschiedliche, die sind zwar dem Wert nach gleich, aber das sind halt eben unterschiedliche Größen, im Sinne von Python, ähm, pause, add, r add, i add, ähm, ähnlich geht's dann jetzt weiter, mit, wumms, lag, der Negation, ja, minus self, sub, der Subtraction oder Subtraktion, self minus other, r sub, other minus self, also das, rechtseitige Subtraktion, und auch wieder die in place sub, äh, das haben wir im Übrigen hier noch gar nicht gemacht, aber machen wir das mal, wir printen mal xad einzeln, und dann printen wir nochmal xad einzeln, aber zwischendurch, äh, äh, rechnen wir da mal yad einfach oben drauf, und was passiert, hier ist xad, und hier ist nochmal xad, aber inkrementell manipuliert, um die Informationen, die aus y kam, und jetzt haben wir ja auch die Subtraktion, äh, funktioniert also auch, wir haben jetzt 2,1 minus 3,3, ergibt minus 1,2, und hier sehen wir übrigens auch schon den Makel, äh, den Computer darstellbare Zahlen haben, also eigentlich müsste hier glatt minus 1,2 rauskommen, aber, äh, die, die, die Rechenoperationen im Computer sind eben nicht sauber, sondern fehlerbehaftet, der Round of Error, oder der Rundungsfehler, äh, hier sieht man ihn mal wunderschön, aber man sieht ja eben schon, ne, also minus 1,19, also aufgerundet ist das ja minus 1,2, ist aber knapp daneben, ähm, so, äh, jetzt ist er hier schon markiert worden, hier steht irgendwas mit NP Array, haben jetzt ja hier oben gesagt, äh, xad leiten wir ab, y leiten wir nicht ab, und, äh, jetzt müssten wir, ähm, separat, hier unten ja noch, äh, dann später ja sagen, wir erzeugen xad neu, wollen aber nicht nach xad ableiten, sondern nach yad, muss also einmal hier oben, quasi, wir haben jetzt hier einmal denselben State x, hier oben, wie hier unten, nur dass wir einmal sagen, wir wollen nach x, äh, nach x ableiten, und einmal sagen, wir wollen nicht nach x ableiten, und vice versa, weiß versa, äh, auch für y, im umgekehrten Sinne, das ist natürlich nervig, dann nach jeder einzelnen Variable neu abzuleiten, indem man die Größen alle ständig neu erzeugt, deswegen können wir hier auch schon ein bisschen Vektorisierung einbringen, hier wird es schon farblich unterlegt, und so war der Code ja am Anfang ja auch eigentlich vorgesehen, und das stellen wir jetzt auch genauso wieder her, wir sagen jetzt, das dv ist nicht eine Floating Point Number, sondern es ist ein Array, genau genommen ein eindimensionales, Array, um, ähm, äh, um sicherzustellen, ähm, äh, nicht um sicherzustellen, sondern ein eindimensionales Array, das für verschiedene Ableitungsrichtungen steht, die wir parallel und gleichzeitig dann durchrechnen können, das heißt, dass wir uns hier auch vom n2la.utils.contracts, äh, holen wir uns, äh, Contracts und auf Shape, und dann können wir hier zum Beispiel, äh, so Contracts, äh, ein, ein Contract auf dv drauflegen, wir hatten ja hier ein Video, ich verlinke es unten auch nochmal, ähm, statische Typisierung im Python erzwingen durch Contracts und das ist genau das, was ich hier mache, deswegen werde ich das jetzt hier nicht im Detail erklären, ich werde es einfach tun. so, also, dv ist jetzt kein Float mehr, es ist ein npndArray, und es ist jetzt contracted, äh, wirklich auch ein eindimensionales, äh, äh, array, einer beliebigen Länge, größer 0 zu sein, so, ähm, dadurch ergeben sich aber kleinere Änderungen, Änderungen zum Beispiel an der Pause Function, ist aber nicht viel, jetzt können wir hier nicht sagen, wir werden jetzt die Pause Function als Copy Function missbrauchen wollen, da können wir nicht sagen vdv, sondern wir müssen sagen vnpArray von dv, und sagen Copy True, also das dv ist ein Array, und wir sagen, wir wollen eine Kopie von diesem Array haben, ähm, aber ansonsten von dem, was ich bisher gesagt habe, ändert sich halt eben sonst nichts, ähm, das gleiche gilt aber auch hier in der Summe, ja, wenn wir jetzt hier sagen, äh, add und other ist kein State, sondern eine Float, dann wird hier selfv plus other gerechnet, und hier hinten brauchen wir eine Kopie des Ableitungs Arrays, also auch wieder, npArray, selfdefault, Copy is True, äh, das gilt für die Add Function, das gilt genauso aber auch für die Write Add Function, bei der Subtraktion ist es übrigens nicht der Fall, wir müssen hier nicht extra das Array kopieren, weil hier das unnähere Minus davor zu schreiben, das ist in numpy implementatorisch so nun mal geregelt, äh, wird ohnehin intern eine Kopie erzeugt, also wir könnten es jetzt kopieren, dann werden halt eben zwei Kopien erzeugt, dann stellt numpy eine Kopie, und wir kopieren das auch nochmal, das ist natürlich irgendwo quatschig, also einfach minus selfdv, und dann wird es sowieso kopiert, nur eben bei sub hier oben, wo selfv, Minoend, Minus Subtrahend, wo self der Minoend ist, und dementsprechend das Ablettungs-Array ja gar nicht negativiert wird, brauchen wir hier auch die Kopie, den ISUB analog brauchen wir hier auch keine Kopie weiter durchzuführen, so, ähm, aber jetzt ähnliche Logik halt wieder, wir haben den NAC Operator, also dass wir ein unnäheres Minus davor schreiben können, und ansonsten haben wir drei Subtraktionsfunktionen, als nächstes geht es weiter mit der Multiplikation, so, ähm, hier gefällt jetzt, äh, PAUSE und NAC, das gibt es nur für die Addition und Subtraktion, etwas dergleichen, also, äh, in Python, ich kann nicht einfach Stern self schreiben, das ergibt keinen Sinn, ich kann nur schreiben, self mal other, oder solche Geschichten, aber ich kann nicht einfach, äh, sagen, V ist gleich Stern X, das ergibt keinen Sinn, das erlaubt Python nicht, dementsprechend gibt es dafür keine Funktion, und es gibt sonst eben nur die drei Funktionen, MUL für Multiplication, R, dann der R-MUL für rechte Multiplikation, und dann der I-MUL für die inkrementelle Multiplikation, ähm, jetzt zum ersten Mal, die Ablettungsregeln für Plus und Minus sind ja noch ziemlich trivial, hier bei der Multiplikation kommt jetzt zum ersten Mal, die sogenannte Produktregel, manchmal auch Leibnizsche Produktregel, ja, wir haben primal, also die, das eigentliche Produkt ist, self v mal other v, eben einfach das Produkt der Werte, aber bei der Ableitung haben wir eben, Ableitung v mal other v, plus v mal Ableitung other v, ja, einfach die, äh, beziehungsweise, ne, wer kennt es nicht, u mal w wird nach Ableitung zu u' mal w, plus u mal w Strich, so, und dieser Formalismus, eben umgegossenem Code, stellt sich in der Weise dar, äh, na, also die Produktregel, beziehungsweise skalare Multiplikationsregel, wenn other nur eine Float ist, nach der wir nicht ableiten, ähm, dann die rechte Multiplikation, die, äh, in-place Multiplikation, und so weiter, und so fort. Als nächstes dann kommt die Division, hier jetzt vielleicht, äh, alte Metaphern, so, die Division, x durch y, war bis Python 2.7, dann da, div for division, ähm, div gibt es nicht mehr, seit Python 3, seit Python 3, sondern jetzt gibt es true div, und, äh, es gibt die sogenannte Integer, ähm, die sogenannte Integer-Division, äh, die man schreibt, indem man einen doppelten, ähm, Slash, äh, dahin packt, und das ist dann die, uff, war das, äh, äh, mod div? Ah, ne, das war floor div. Ja, also aus dem div Python 2 ist jetzt geworden true div und floor div. ähm, floor div ist also die Integer-Division, die können wir nicht ableiten, also mathematisch auch schon gar nicht, äh, gibt es erstmal per se keine sinnvolle Ableitungsregel, da müsste man sich schon erstmal was überlegen, was man da überhaupt machen möchte, also interessiert uns nur true div, und das sieht dann also wie folgt aus, wir haben true div, den rechten true div, und den, äh, in place true div, true div, so, und hier kommt jetzt eine Regel, äh, in der Schule sieht die vermutlich anders aus, äh, falls ihr euch noch an die, äh, der Schule erinnert, äh, Ableitungsregeln in der Schule, wer, wer Ableitungen in der Schule überhaupt hatte, ein u durch w abgeleitet, wird zu u' mal w minus u mal w' geteilt durch w quadrat, so, dieses geteilt durch w quadrat, das können wir einfach, äh, rein multiplizieren an Minuend und Subtrahend, und dann sehen wir ja hier schon, u' mal w durch w quadrat, na, dann nehmen wir doch hier einfach, äh, kürzen wir doch ein w oben und unten weg, und hier im zweiten Fall, ja, ergibt sich was ähnliches, wir haben hier einmal w' durch w, und wir haben, ähm, u durch w, ja, also, dieses w und dieses w zusammen ergeben ja wieder das w quadrat, so, das w' durch w, das behalten wir, und hier vorne schreiben wir u durch w, und wo haben wir u durch w schon mal gesehen, ach hier, das ist ja die, äh, die primale, ähm, äh, 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 w hat, also können wir, wenn wir den uns vorher, sagen wir mal, als ein v zwischenspeichern, hier einfach das v wieder aufrufen, und dann sieht jetzt, und jetzt klammern wir das durch w wieder aus, und jetzt sieht die Quotientenregel nämlich anders aus, und sie sieht nicht nur anders aus, sondern in dieser nicht symmetrischen Aufschreibungsform, lässt sie sich aber auch zeitgleich, ähm, für den Computer schneller berechnen, schneller berechnen, weil weniger Operationen heißt zugleich auch, weniger Gelegenheit, um zusätzlichen Round-Off, also Rundungsfehler, äh, einzubauen, das ist also die sogenannte numerisch stabilere Variante der Quotientenregel, aber natürlich ist beides richtig, sowohl die Schulvariante, als eben hier diese umgestellte, asymmetrische, äh, Quotientenregel, ähm, und so sieht sie dann eben in Code aus, wir haben Ableitung von self, minus, äh, out, out ist hier oben, äh, äh, out ist hier oben, self durch other, und dann haben wir d out, also die Ableitung von out, ist dann also die Ableitung von self, minus out, mal Ableitung von other, und alles durch other dividiert, und damit können wir einen neuen State erstellen, das ist also die asymmetrische, äh, Quotientenregel, für, äh, den Quotient oder die Division, so rechts in place, braucht man jetzt nicht weiter auseinander dividieren, so, jetzt wird's, äh, ein bisschen spannend, der Sinus, äh, warum wird's spannend, ist, mathematisch passiert da ja gar nicht so viel, äh, halt primal, Sinus von v ist halt Sinus von v, die Ableitung ist Kettenregel, äußere Ableitung, Cosinus von v, ne, die Ableitung von Sinus ist Cosinus, und für eine Komposition, für eine Verkettung, greift die Kettenregel, wir haben also äußere Ableitung, mal innere Ableitung, hier passiert keine Magie, Der Punkt ist aber, dass wir hier Sinus zu einer instanzierten Funktion unserer Klasse State machen, weil, äh, NumPy, äh, damit umgehen kann, achso, jetzt haben wir ja vorhin gesagt, wir haben jetzt hier Arrays draus gemacht, also können wir jetzt hier alle Ableitungsregeln zusammenfassen, können sagen, einmal leiten wir nach x ab, einmal leiten wir nicht nach x ab, und, äh, entsprechend, und wenn uns das interessiert, wir können uns auch die gemischte Ableitung auch natürlich abholen, sagen wir auch für y, einmal leiten wir nicht ab, einmal leiten wir ab, und einmal wollen wir die gemischte haben, so, ähm, aber jetzt vor allen Dingen können wir uns jetzt also hier mal angucken, Sinus von x ad, so, und ich habe jetzt aber kein freies Sinus definiert, ich habe eigentlich, das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe, äh, dieses Sinus, ja, machen wir das nochmal weg, dieses Sinus hier habe ich implementiert, das ist das hier oben, so, führen wir aus, ähm, dann ist hier, ist der, äh, das ist Sinus von x aufgerufen als instanzierte Funktion der Klasse State, das hier ist der Sinus von NumPy, und was passiert? Es klappt, und das ist nämlich, äh, gewieft gemacht an NumPy, und an dem Sinus von NumPy, das gilt nicht für den Sinus von Marv, wenn ich jetzt aus der Marv-Library Sinus importiert hätte, dann würde das hier nicht funktionieren, aber bei NumPy klappt es, NumPy nimmt erstmal alles an, wenn es ein NumPy-Array ist, dann, äh, äh, rechnet, äh, 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 entsprechend den implementierten Sinus, wenn es aber, ähm, wenn es aber etwas anderes als ein NumPy-Array ist, zum Beispiel, eine Instanz unserer Klasse State, NumPy ist das völlig egal, was für eine Instanz von welcher Klasse auch immer da reinkommt, er guckt nach, ob es diese instanzierte Version vom Sinus in der Klassenbeschreibung gibt, wenn ja, dann führt er die aus, wenn nein, schmeißt NumPy einen Fehler, so, und an der Stelle können wir also ganz gut an NumPy andocken, äh, und auch noch, äh, fehlende Funktionen auf diese Weise, nachimplementieren, NumPy wird die mit seiner jeweiligen Variante von jeder dieser Funktionen hier aus der Klassenbeschreibung sich selber rauslesen, so haben wir den Kosinus, äh, ist der Kosinus, Kettenregel, ne, äußere Ableitung mal innere Ableitung, also Kosinus abgeleitet ist Minus Sinus, hier ist das Exponential dasselbe, das ist die Ableitung von, von dem Exponential ist das Exponential, und Ableitung vom Log ist, äh, 1 durch V mal äußere Ableitung, also SelfDV durch SelfV, damit sind wir jetzt schon fast fertig, kommen wir jetzt zur, äh, 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 die ich hier in dieser Klasse mit aufnehmen möchte, die aber auch am nervigsten zu implementieren ist, das ist die Power Function, äh, wenn man ExponLog, äh, vorher implementiert hat, äh, hier ignorieren wir mal das hier ganz kurz, und, huch, ignorieren wir das hier mal ganz kurz, und fokussieren uns mal gleich auf die, rechte, rechte Seite Variante, äh, äh, rechte Seite Variante heißt ja, ähm, Asa hoch Self, ja, und Ipo hier natürlich auch, ne, ist SelfSternStern ist gleich Asa, so die Inplace Power Variante, ähm, so Asa hoch Self, nach Asa leiten wir nicht ab, nach Self schon, ja, nur was ist die Ableitungsregel davon, und, das ist nicht so einfach, da gibt es tausende Einfälle abzufangen, äh, äh, aber einen kleinen widrigen Ausweg kann man sich, ähm, äh, einen kleinen widrigen Ausweg kann man hier nehmen, weil, ähm, ja, was passiert, wenn ich den Logarithmus von diesem ganzen Ausdruck hier nehme, na ja, es passiert halt, der, ähm, ich sage, und den Logarithmus kann ich ja mit dem, mit der Exponentialfunktion wieder aufheben, ne, ähm, exp von log von x ist, ist x, wenn x positiv ist, ähm, aber, äh, x soll ja sein, Asa hoch Self, und jetzt greift ein bestimmtes, äh, logarithmisches Gesetz, dass Potenzen von logarithmischen, von Argumenten des Logarithmus werden, äh, sind gleichwertig, äh, was ist jetzt passiert, äh, sind gleichwertig, die als Vorfaktoren davor zu schreiben, und, ähm, und genau so hier können wir es, Oh, da hab ich ja, ach je, mich ja hier verschrieben, na ja, das ist ja witzig, so, also nicht Asa, sondern eigentlich Base, so Base of Self, schön, dass wir das jetzt mal hier einmal durch exorzieren, na ja, hier zum Beispiel sieht man es auch, die iPower Function in der Vorbereitung, ich war faul, ich wollte mir jetzt die Mühe nicht machen, äh, da die einzelnen tausend Fällen auseinander zu klamüsern, und das alles in place anzuwenden, hier habe ich einfach gesagt, ich leite um auf die normale Power Function, die jetzt gerade noch, ähm, ähm, auskommentiert ist, so, aber das wollte ich nur halt sagen, wenn wir nach der Potenz ableiten wollen, dann können wir mit diesem Ex-Log, äh, 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 die Exponenzierung, äh, die, die Power, die, das Hochnehmen, äh, umschreiben, so, und jetzt gucken wir uns die Power Funktion selber an, ja, Self hoch Power, ja, hier ist es richtig, äh, hier unten war es falsch, und ich habe es wohl offensichtlich gerade aus Versehen gelöscht, so, Base hoch Self, ja, und, äh, dann hier auch so, Power, Self hoch Power, ähm, Log Apps, Cosinus, das braucht man nicht weiter erklären, so, ähm, genau, die Power Function, ähm, wenn Power ein State ist, also etwas, wonach wir ableiten können, dann benutzen wir auch wieder diese Ex-Log Umschreibregel, ansonsten, äh, äh, wenn, äh, die Power eine Float ist, greift, ähm, greift das Folgende, dann müssen wir uns erst mal den Fall angucken, also wir müssen nicht, wir können, also das, das lohnt sich hier ein paar Fälle zu unterscheiden, im Grunde könnte man all das hier überspringen, und direkt nach hier unten gehen, das reicht dann schon, vorausgesetzt, Power ist nicht 1, also Power gleich 1 muss man schon abfangen, aber es gibt eben auch ein paar andere Fälle, die man lohnenswerterweise abfangen kann, zum Beispiel gucken wir uns also zuerst, äh, zum Beispiel gucken wir uns also zuerst an, ob Power nicht negativ ist und ob, ob, wenn wir, äh, Power könnte auch eine Integer sein, karsten wir so vorher als Float, und Float haben die Is Integer Property, das ist eine Funktion, die Python 1 anbietet, um zu prüfen, ähm, ob eine Float, also ob die Nachkommastellen der Float 0 sind, so, das heißt also, dass die Power effektiv eine Integer, dass das die Floating Point Number effektiv eine Integer ist, so, also ich check zuerst, ob, äh, Power nicht negativ ist und ob es im Wesentlichen eine Integer ist, wenn ja, dann mache ich eine Integer draus und jetzt gibt es die folgenden drei Fälle, ähm, warum eigentlich nicht, so, Match, Power und dann können wir jetzt einfach sagen, ne, Python 3.10, warum nicht, so, Case 0, äh, Case 1, Case 2, so, wenn Case 0, äh, genau, also wir sagen ja dann Self hoch 0, dann geben wir einfach eine 1 zurück, nach der in keiner Richtung mehr abgeleitet wird, also wir geben eine Konstante zurück, ähm, wenn Case 1, also die Power ist 1, wir haben gesagt Self hoch, wir haben also im Wesentlichen gesagt Self hoch 1, das ist natürlich bescheuert das zu tun, aber kann ja passieren, dass es methodisch, algorithmisch irgendwie mal versehentlich passiert, dann geben wir eben eine Kopie von Self zurück und wenn der Case 2 ist, ne, dann multiplizieren wir einfach Case mit Self mit sich selber. Jetzt könnte man natürlich auch für jede andere größere Integer, äh, entsprechend eine Umschreibung in Multiplikationen vornehmen, das habe ich auch gemacht und zwar, äh, können wir sagen Self hoch, hier benutzen wir übrigens, hier benutzen wir die Integer-Division, so, äh, Self hoch, äh, Power halbe und sagen, wenn Power gerade war, äh, na dann, äh, wenn, wenn Power ungerade war, das ist die Frage, so, Power mod 2 ist 1, äh, dann ist Power ungerade und dann ist dieses If auch wahr, dann sagen wir dann einfach, ähm, Self mal Fuck, Fuck war ja Self hoch Power halbe, also Power halbe mal Power halbe, ergibt 2 Power halbe, aber weil das hier eine Integer-Division, also eine abgerundete war und Power ungerade ist, müssen wir noch einmal Self vorne drauf multiplizieren, ansonsten, wenn Power gerade war, dann ist ja Power halbe mal Power halbe, also 2 Power halbe ist dann einfach genau wieder die Power, also das ist ja eine rekursive Umschreibung, hier rufen wir die Power, also hier rufen wir die dieselbe Power Function wieder auf, mit einer reduzierten Power, ja, also das, das Ding hier handelt Monome, x hoch 1, x hoch 2, x hoch 3, x hoch 4, x hoch 5, x hoch 18, so, wenn aber die Power im Wesentlichen kein Integer war, äh, dann kommt die allgemeine Ableitungsregel für Potenzen, das heißt, äh, wir legen einen Temporary an, das ist v hoch Power minus 1 und dann ist der eigentliche Wert, Self mal, äh, Self hoch Power minus 1, also das Ding zusammen ist dann Hoch Power und hier, äh, können wir das, das Temp ausnutzen, um dann halt effektiv, sparsam, äh, auch die Ableitungsregel, nicht, ich, wer kennt sie nicht, äh, 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 wenn ich hab, ähm, ähm, r hoch c, äh, abgeleitet wird, c mal r hoch, äh, c minus 1, ja, das ist, das ist die allgemeine Ableitungsregel für Potenzen und das ist genau das, was der Code hier realisiert, aber er realisiert es sparsam, äh, nicht lineare Operationen werden so wenig wie irgend möglich ausgeführt und damit haben wir alle Funktionen durch, die ich, äh, äh, haben wollte für, für meine Klasse und, ähm, jetzt können wir etwas Ähnliches tun, noch zum Abschluss, das Video ist gleich vorbei, versprochen, ist ja schon wieder so irrsinnig lang, verfluchter Mist, ähm, ein jacobianize, ich hab mir hier ein, ein, ein Protokoll, äh, geschrieben, damit ich dann hier sagen kann, was, äh, ja, jacobianize gibt eine Instanz des Protokolls zurück, das könnt ihr euch in Ruhe selber mal anschauen, das nehme ich jetzt nicht auseinander, aber es ist jetzt eben wieder so ein jacobianize, also eine Funktion, die eine Funktion annimmt und eine gewrappte Funktion zurückgibt, sodass die gewrappte Funktion sich mithilfe von ad selber ableiten kann, so, und dieses main, das löschen wir wieder, das war ja nur vorhin mal für, äh, um mal kurz rein sneaken zu können, ähm, jetzt haben wir noch dieses ee, wer sich noch erinnert, aus dem vorletzten Video zur Implementierung der finiten Differenz, äh, das ist der canonical unit Vector, den holen wir uns noch rein und dann ist hier unten auch der Fehler weg, so, äh, was passiert in dem jacobianize, nichts besonderes letztlich, es wird ein xad angelegt, wo wir entsprechend States unserer Klasse erzeugen, mit, äh, einem entsprechenden, ähm, Ableitungsvektor, nämlich dem kanonischen Einheitsvektor, da wird am Ende eine jacobie, äh, 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 also, da wird dieses xad, wird einmal durch die Funktion durchgeschickt, wir kriegen ein fad, da können wir uns einmal den Value, also den Wert, äh, rausklauben, Und wenn wir dann noch ableiten wollen, können wir uns also auch hier über das Punkt dv die einzelnen Ableitungsvektoren rausgreifen, zu einer Matrix zusammenbauen und als Jacobi zurückgeben. Das ist das I4 für In-Place-Forward-Mode und am Ende des Tages kommen wir dann hier raus bei einem Plot, den haben wir auch schon mal gesehen. Hier wird wieder diese verschobene Sinus-Funktion abgeleitet, hier haben wir wieder unsere Tangentialfläche, also optisch leistet die Demo N2LA Differentiate I vor, hier das Pandang dazu, die Aprox-Funktion erzeugt uns ebenfalls so ein Bild. So optisch sehen die beiden identisch aus, aber wir wissen ja von dem Video zwischendurch, dass die finite Differenz, dass hier ein Truncation-Error mit rumschwebt, der jetzt nur eben gerade nicht offensichtlich zutage tritt. Also wir haben jetzt hier drüben eine angenährte Ableitung, die einen guten Eindruck macht und wir haben rechts die exakte Ableitung, die den besten Eindruck macht. Und damit möchte ich mich aus diesem Video verabschieden, hier auch nochmal mit dem motivierenden Plot, warum AD besser ist als finite Differenz. Und wir haben jetzt eine sehr einfache Variante, eine sehr einfach zu realisierende Variante für AD umgesetzt. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat und ihr das vielleicht hilfreich findet, was ihr hier seht, erweckt doch ein Abonnement oder beziehungsweise eine Subscription meines Kanals. Liked gerne, darüber würde ich mich freuen und noch mehr würde ich mich darüber freuen, mich mit euch auszutauschen. Schreibt mir gerne Kommentare, Anmerkungen, Fragen, Vorschläge. Ich werde sie alle lesen, so viele Kommentare habe ich nämlich nicht, dass das eine besondere Herausforderung darstellen würde. Ich werde sie alle lesen und auch darauf reagieren und antworten. Ansonsten hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, bis dann und ciao, ciao.